Yo, willkommen zu einem neuen Video. Hier ist erstmal der neue Shop, es gibt ein paar neue Sachen. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr meinen Creator-Code eintragen würdet, rechts unten im Shop. Dann einfach Ariane Fender geben, dauert zwei Sekunden, geht ganz schnell. Und ich habe gestern gesehen, dass ungefähr 65% von den Leuten, die meine Videos schauen, haben mich nicht mal abonniert. Also ja, an jeden, der es noch nicht getan hat, würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr abonnieren würdet, um nichts mehr zu verpassen. Und ja, auf jeden Fall wollte ich heute bei TheBlog landen, weil da gibt es diese eine spezielle Kiste, die gibt es ja nur einmal auf der Map. Es ist, glaube ich, immer eine goldene Waffe drin und noch voll viele andere Sachen. Also da ist auf jeden Fall richtig guter Loot in der Kiste. Ja, da wollte ich eigentlich landen und mal schauen, was drin ist. Aber da hat sich schon ein Gegner vor mir geöffnet und dann habe ich die Runde trotzdem noch zu Ende gespielt. Aber was dann noch am Ende passiert ist, ich würde sagen, schaut sich einfach an. Los geht's. Also die Kiste ist hier auf jeden Fall in Hellraiser Gaming's Block. Ich weiß nicht wo genau. Ich lande jetzt einfach mal hier. So, hier ist auch ein Gegner auf jeden Fall. Das soll anscheinend eine Bücherei sein. Okay. Ich habe keine Ahnung, wo ich die Kiste finde. So, erstmal würde ich gerne den Gegner hier holen. Der ist hier irgendwo. Alter, wie groß ist das hier? Okay, hier ist das Dach. Hä, und wo ist jetzt der Gegner? Ich dachte, ich hätte eine Pump. So. Oh, ich hoffe mal nicht, er hat die Kiste geöffnet, weil er hat eine goldene Waffe. Weil da ist ja mal eine goldene Waffe drin. Wo ist die Kiste? Die muss doch hier irgendwo sein. Hä, ich finde die Kiste nicht. Ich habe keine Ahnung, wo ich schauen muss. Alter, ich habe mich so erschrocken. Hier ist ja noch einer. Ah. Nein, er hat sie schon geöffnet. Da war wahrscheinlich dieses Scope da eher drin. Die goldene. Okay, dann gehe ich mal weiter. Ich weiß ja jetzt zumindest, wo die Kiste ist. Ja, der hat mich, glaube ich, auch gesehen. Also gebaut hat er gar nicht mal so schlecht, aber was hat er gerade im Kampf gemacht? So, ich fliege mal da in das Rift rein. Dann kann ich auch Gegner suchen. Ah ja, da ist der erste. So, komm her. Ah, es sind zwei. Ich hole mir den als erstes. Hat er mich nicht gehört? Oh, da ist der nächste Gegner. Geil, die Pump. Ich hole mir den, die Holz детей. Der war auf jeden Fall Relativ gut So, aber hier liegt noch ein Chuck Chuck, ich weiß nicht Soll ich den mitnehmen? Hm Ach komm, scheiß auf die AR Ich spiele jetzt einfach im P-Pump Dann kann ich halt nur im Nahkampf kämpfen Aber das passt Hey, ist der? Was macht der denn? Hä? Was hat der gemacht? Da oben sind auch welche Fuck, aber die goldene Skar brauche ich eigentlich Ah, ich mach's einfach so Oh, ich mach's einfach mal Ich mach's einfach mal Okay Okay So, ich mach's einfach mal Was ist das? Das ist ja seine Alter, der muss sich safe so aufregen So, wo war jetzt die MP? So, kurz die Geschütze droppen Benutze ich eh nicht Ah, da ist der nächste Gegner Ich jumpade jetzt einfach zu dem Oh, ist auch einer Oh, ist das? Oh, ist das? Das war's. Okay, 10 Kills schonmal. Der andere war da noch vorne irgendwo? Ah ja. Hat er mich gesehen? Ja. Ich muss aufpassen, dass ich kei... Alter. Das wären dann die 12 Kills. Wo ist der letzte? Nein. Nein. Das ist gar nicht echt, oder? Nein. Hä, will er mich jetzt anschießen, oder nicht? Das kann er nicht ernst meinen. Der wird mich safe töten. Der wird mich safe töten. Nein. Hör auf. Er ist so süß. Ich werde ihm safe, den Wind schenken. Er holt immer seine Waffe raus. Ey. Er wollte mich töten. Wo ist er? Hä, wo ist er? Hä, hat er gerade... Hat er gerade getanzt? Ey. Alter, das ist so, was er in Season 8 noch gibt. Ey. Hä, er macht die ganze Zeit Herzen, aber schießt mich dann an. Nein, er soll sich nicht töten. Nein. Nein. Hör auf. Nein. Nein. Ja. Nein. Warum hat er mich nicht getötet? Nein. Nein, ich wollte ihm den Sieg schenken. Naja, ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen, auch wenn das Ende ein bisschen traurig war. Naja, um nichts mehr zu verpassen, vergesst nicht zu abonnieren und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.